Jo, hallo, hey, ich bin Tara Lio, ihr seid auf dem Kanal Panemers und heute habe ich was ganz besonderes und zwar eine Produktplatzierung und zwar von der Firma Smart Market und die haben mir etwas zugeschickt, was wir jetzt gemeinsam auspacken. Dieses wunderschöne Päckchen ist das und ja, das packen wir jetzt aus. So, da sagt noch einmal, die Ruhe Gewalt bringt gar nichts und ich habe es gerade schon gesehen. Ich ziehe es mal so rum raus. Es ist ein Päckchen im Päckchen sozusagen. Wenn ich das jetzt aber umdrehe, seht ihr, es ist ein Mikrofon. Also für alle, die es nicht wissen, es ist ein Clip-Mikrofon, also so ein Ding, wie es in diesem ganzen, also KuchenTV zum Beispiel hat sowas, das clipst du dir hier hin und dann wird das halt mit der Kamera verbunden. Das hat einen besseren Ton als das Ding hier und ich habe die Hände frei und ihr seht es nicht so. Und warum das eine Produktplatzierung ist, ist jetzt einfach der Fall. Die haben mir das sehr, sehr vergünstigt zugeschickt und ich teste das jetzt mal. Ich packe es mal aus, wechsle das Mikrofon und dann sehen wir es gleich wieder. Jo, sorry, dass die Videoqualität jetzt so kacke ist und das ist in dem Moment und hier ist es hier. Wie gesagt, sorry, dass die Videoqualität so scheiße ist jetzt, aber leider ist das Mikrofon, was ich euch ja gezeigt habe, wie ich ausgepackt habe, nicht mit meiner Kamera kompatibel als Internet im Grund. Also ich höre einfach nichts, wenn ich die Kamera, also wenn ich mit dem Mikrofon aufnehme. Ich hoffe, dass das jetzt besser ist, also zumindest Tonaufnahme alleine funktioniert. Und ja, ich werde es einfach kurz erklären, was ich euch in der nächsten Woche zeigen werde. Dann bemerkt ihr eh, wie gut oder schlecht das Video ist, also die Tonqualität ist mit dem Mikrofon. Und dann werden jetzt erstmal über Videos hinter der Kamera kommen, weil ich möchte das Mikrofon verwenden. Es hat keine schlechte Qualität an sich, also die Tonqualität ist gut. Aber ich höre halt einfach nichts, wenn ich mit der Kamera aufnehme, dann rauscht es nur. Also es ist nicht, weil das Rausch alles überlagern würde oder so. Es ist einfach nichts. Also ich kann euch das mal kurz hier reinschneiden, wie das ausschaut. Und darum nehme ich halt jetzt hinter der Kamera auf und wenn es mal sein muss, mit leider dieser schlechten Qualität. Ich versuche das zu fixen. Vielleicht funktioniert es einfach, vielleicht nicht. Vielleicht kommen jetzt wirklich erstmal nur Videos hinter der Kamera. Aber ja, jetzt kommen erstmal im Dezember. Aber hoffentlich, ich versuche es wirklich, jeden Tag ein Video zu YouTubern. Und zwar möchte ich wieder so eine Art Adventskalender machen. Das hat letztes Jahr leider nicht ganz so gut funktioniert, weil ich einfach inkonsequent als Fakt bin. Das tut mir unendlich leid, aber ich versuche es diesmal besser zu machen. Ich bin motiviert. Versteht das nicht falsch, auch wenn ich es gerade nicht wirklich so wirke vielleicht. Ich bin motiviert. Ich bin sehr, sehr kaputt gerade. Aber ich versuche es trotzdem neben Uni und so unterzubringen. Und ja, dann ist dieses Video etwas kürzer geworden. Aber abschließend möchte ich sagen, das Mikrofon ist unendlich geil. Also ich liebe dieses Mikrofon und ich sage das nicht nur, weil es eine Produktverzierung ist. Es ist wirklich ein gutes Mikrofon halt. Und ich versuche das mit meiner Kamera zu fixen. Ich gehe nicht davon aus, dass das am Mikrofon liegt. Ich glaube eher, dass das an meiner Kamera liegt, weil am Laptop funktioniert es. Und ja, liebes Team von Smart Market, vielen, vielen Dank, dass ihr mir das zugeschickt habt. Vielen, vielen Dank, dass ich eine Vergünstigung bekommen habe. Wie gesagt, habe ich das schon gesagt? Ich weiß nicht. Der Link zu Smart Market ist der erste Link in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank an Smart Market, dass ihr mir das Mikrofon zugeschickt habt. Ich finde es unendlich geil. Und das sage ich nicht nur, weil es eine Produktverzierung ist. Es ist wirklich ein cooles Mikrofon. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Der Link zum Shop von Smart Market, zur Website, ganz oben in der Videobeschreibung. Checkt das unbedingt aus. Und dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal an Smart Market. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ihr macht es möglich, dass ich überhaupt eine Produktverzierung habe, auch wenn es nicht viele Leute sind. Es sind ein paar Leute. Ich freue mich über jeden Klick, über jeden Abo, über jedes Kommentar. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es am allerbesten. Checkt Smart Market aus. Lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.